Auf Russisch. Die Seid kommt aus Dschaparowa und sein Name ist Holtmann. Und seine Frau, die neben ihm, sie ist schon mit ihm verheiratet, 40 Jahre. Und sie sucht Familie noch in Dschaparowa, zwei Familien Holtmann. Stimmt? Ja, natürlich beide. Und beide. Wenn jemand weiß über Familie Holtmann in Dschaparowa, soll mir schicken Daten über diesen Epa. Toda Rabah. Und soll sie das sagen auch auf Russisch? Скажите еще раз по-Russски, что вы мне сказали. Что вы хотели сказать? Скажите, in meinem Schrank, in meinem... Ich will auf Russisch, jetzt. Paar Wörter. Ja. Davide, ja. Davide. Davide. zwei Medaillen von Krieg. Meine Liebe, ich will nicht jetzt machen Dokumentation. Ich will wissen, wie heißen die Familie in Dschaparowa. Damit sollen wir finden. Auf diesem Denkmal steht geschrieben. Gut, dann fragen wir und vielleicht können wir helfen. Shalom, shalom. Amen. Vielen Dank.